Hallo! Jetzt sind wir jetzt, geht's mal wieder weiter und so, ne? Und meine beiden Gastmoderatoren sind auch da. Und eine, die noch nicht weiß, dass sie hier dabei ist, nämlich die hier, Keith. Und ja, Brocksform ist irgendwie grad voll, keine Ahnung. Ja, leider. Such du mal, oder keine Ahnung, das Rennen ist demnächst vorbei. Moin! Hallo! Hi! Ach, Brock auch da? Ja. Genau. Ja, warum sagt ihr nicht, dass wir alle schon im Spiel sein? Ja, deut dann, äh, Lloyd oder Izzy nach. Fuck, bitte. Ich weiß nicht, ist nicht. Moment mal. Was dann so bitte? Ja. Geht's mal wieder los. Ja, ich komm gleich demnächst. Ja, ich komm gleich demnächst. Sollte, komm. Kommst du völlig fest. Ey, du kannst mich gleich wieder so anfangen. Ich geh' ihn easy und bekommst. Scheiß Urla nochmal. Keine Ahnung. Ach so, der Aschalenderjahr ist aus demnächst. Ach so, die Messe sitzt da an. Da ist der Asch Kalenderjahr zu finden. Egal, ich kann trotzdem nicht. Ja, komm. Ach so. Ja, klar. Bist du bei Neo in den Raum rein? Ja. Drog, was hast du nur für Gesicht da, ey? Das ist ja voll schwer. Neo im Raum. Ja, unser RV Pro. Ist der jetzt Revolution echt? Ja. Ojojoj. Ja. Aber nicht WCL. Ey, heute hab ich mir in der Schule beim Praktikum das Lötzeln an die Hand gelötet, ey. Ich hab mich an der Sekunde nicht hingeschaut. Vor allem hab ich das scheiß Ding da dran gelten. Mein Lehrer kam. Wie kannst du das machen? Oh Mann ey, der hat mir jetzt voll den Haus, ich hab jetzt voll den riesen Fleck bei. Ah, das tut immer noch weh. Ich hab also Handicap also Fahrt mit Rücksicht. Ja, mach ich. Ja, ich auch. Wenn Dango schon sagt, ich fährt mit Rücksicht, dann wird das ganz schlimm für mich enden. Ach, du wirst nicht. Du wirst nicht. Du wirst nicht so gereicht. Du wirst ein Mensch, der nur Ratshells hat. Nicht nur Ratshells. Und nur Gluthells. Vor allem Gluthells. Oh ja, Yoshi Falls. Oh Gott, Alter. Ach, für die Drecke. Eigentlich nicht. Ey, die Trick haben wir gestern in der WCL ohne Zeug gewonnen, ey. Ist das ein Wunder? Doch auch. Ja, ohne den Champions League. Auch dolle. Sobald ihr das freiwillig gefahren, kann ich gar nicht glauben. Nein, DGT hat das genommen und kam da dran. Und da haben wir auch gesagt, wo ist zweit der Mann drauf? Ach so, das fängt an die Aussage. Ja. Ich komm so voran. Ja, normal, ne? Nein! Ja! Normal, ne? Nichts Neues. Verpiss dich! Ey, hör auf, ey. Ich hol BuzzFence. Ey, der regelt, Alter. Der BuzzFence, der regelt alles. Ja, hör mal, ey. Ich hab gestern so ein Video gesehen, ey. Diese menschliche Lawine hält keiner auf. Oh, was. BuzzFence hat uns mein Gott. Ja, guck. Der neue Gruß. Und zwar, sag ich, Alter, jesu. Allerdings, BuzzFence hat noch mal, ne? Also, das ist schon so. Ach, der Blutschell! Brocky! Nein! Was für nicht! Nein! Komm schon, komm schon! Ja! 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 Das war alles nur für dich! Weil du ein Tag ist das! Ja! Ich red von BuzzFence wird direkt mal abgeschossen und so. Ja, ey, BuzzFence hat den Weg freigeräumt, ey. Ja, toll dich, ey, es ist richtig gut gemacht. Ja, gleich. Drei Da krieg ich den Pils auf 10 und dann flitzt Ja Ich hab drei Pils, also wirklich gut Drei ist mehr als einer Märchen Aber es kann trotzdem nicht Hat mir gar nicht geschnitten Genau wie sieben mehr als Drei Genau wie der erste Pils, eh größer als alles 15 Oh Nei Kann man viel besser campen Weißt du, es kommt durch die Kastan dran, der ist er Ja Ja Normal Wir haben da auch nur noch von Mike gesprochen, also du willst schon was heiß Ja, wahrscheinlich ist der Einfluss zu weit weg Genau Bei den negativen Aura Jetzt bestimmt noch mal Arsch von Deutschland drin Wenn er auch in Deutschland ist Heiß denn Vielleicht ist er auch irgendwo in Österreich, oder? Weiß man das? Was weiß ich, ist mir auch kacke egal eigentlich Bei den Schluchtscheißern Oh Gott Ich mag mich das Ich werd' geschupf Oh Ich werd' auch Peach, ich werd' auch geschupf wegen von dieser Tisch Schade, das war nicht Dango Aber jetzt war's Dango Sag mal jetzt! Ich werd' auch Ich werd' auch Ich werd' auch Ich werd' auch Okay Ganz warm Oh, bitte, ey Äh, nein Oh, was seh ich da, ein Dango. Ich bin's, ich bin's eh gleich einer. Dango! Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Red Cell, abschieß! Scheiße, nein, 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 nein. Ich hab irgendwie ein grad, das ist ein schlechtes... LORIGI! Bissiich! Wow! Was ist das, was ist das? Ach man, was ist das, was ist das? Oh, ey. Oh, Alter! Und drockt auch noch, ganz klar. Das war übelste Blitzkommo, ich mach meinen, äh, äh, Bullet an und die Blitzen. Ah, die Blitzen! Und ich werde immer Säge blitzen. Ich kann mir mal die Eier so schießen. Du hast eine für dich, die! Natürlich. So, gegen die Rosis spielen, dann ist jeder wütendlich und so. Alter! Irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn da hinter mir einer Greenshell zacken. Alter, Danko, na. Ja, Mensch! Irgendwann stickt, f*** ich, sag's! Oh, du bist! Ah! 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 Mann, ich fahr extra so in der Pulle! Ah! 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 Da, das gibt's doch nicht mehr! Du gehst doch nicht! Komm, du�Ты gehst doch nicht mehr! – ne, DieBest! Es hat doch schon viel zu gut angefangen mit dem Segen und jetzt legh ich wieder hier die Emilymutter – ne, das ist ja. Hör Gott, Hermann! Ah! Sehr gut,dis진es! Das würden wir doch ohne deinen Knolper tun! Doch, was ist das? Noch ein bullet… Juhhhh! Das ist aber auch noch gross! Dieser dicke weiße Titte geht mir auch ins Faspt raus! mit ein Blitz gegen weiße Tippen ja ich hab gegen Buhu ja und ich hab ne weiße Tippe im Karten hinter mir und ne okay jetzt soll ich was Spenser jetzt muss doch auf und gehen mal nicht oh ja ihr sagt was Spenser und was kommt denn im Dusche find ich gut ich sollte auch mal record es leckt wie sauber mir ja ich hab mich auch nicht mein ja vh Scheiße ey Du verblitzst Dreckst Dreckst Mann davor blitzen sie aber Dango groß und Brock groß und die Rosen sind alle die erhebten sie weiter Nillehöhö, Unnöhnöhnö, ne? Ja, hart halt für Daisy, ne? Äh, nun... Peach... Peach ist doch schwul, Alter, auch wenn sie es faul ist. Ey, Peach sieht schon geiler aus als Daisy, aber ey, Rosalina ist ja mal die absolute Bomber von dem Pop, ey. Alles klar. Vor allen Dingen ist das ein Schwergewicht, weil die so dünn ist, ey. Ja, die hat einen Stern dabei, musst du immer sagen. Ey, Stern wie Zwift, Toast... Ja, ne? Der ist ständig schwerer als Dau, sag ich das hier. Naja, der Stern macht 90% des Gewichts aus. Das macht doch nicht so hart. Ey, jetzt wärs doch mal nice, wenn wir hier das kriegen, was ich will. Du kriegst das hier. Lango krieg von ganz feuchten Arschtritt wegen dem Bullet. Ja, feuchten Arschtritt. Wie soll man feuchten Arschtritt? Ich fahr jetzt besser an. Easy! Willst du dich so lachen, Ding? Ja. Wie bitte, wie bitte noch einmal? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Alles klar. Ah, ich, ich führe secker und sexuelle Aktivitäten in diesem Gespräch. Ah, ich, das werde ich dann verfolgen. Ob der Bär mit einem, muss du gar nicht erst anfangen, ne? Oh, yeah. Pfff, war die mit Dango? Ja. Dango ist wahrscheinlich nicht zufrieden. Wieso? Dango, geh weg! 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 Ehm… Kenner! Mach die Zicht! Gero! Geh weg! Nein! Ich hab' was nicht verstanden. Nein! Mann, lass mir den Zorn des Dango aus mir gekocht haben! Oh nein! Bock's so lecker! Nein! Der ist die Verzwech! die ganze scheibe folgte schreibe schreibe die scheibe altmann die waffe scheibe oder was auch immer die matscheibe ja gut die vielleicht die matsche ab, ey, die matsche, Alter wenn ihr jetzt mal nur noch in meine paintbox spät, dann ist es perfekt NOOOOOOIT ne Wolke, warum? da haben wir die immer aufs Kreck oh, das ist traurig das war meins, ich hab die Wolke AHHHHH ausweg ja ja jetzt haben wir es mal mal geil genau gesehen ja ich bin deine Fakebox gefahren du musst nicht sehen dass ich Power ah ja das Pausa nie zu führen mach du die erst beiden also klar Idee wie konnte ich die Wolkern im Schlau-Gesicht Herr kommt eigentlich mal dann muss Blut kommt wieder alles auf einmal Blutshell, Lopper obwohl wir das auch noch damit und Ratchet ah ah Januar 3 Hilf ein, Pils alle es gibt's nicht und verdient klar und soll das echt noch vor mir das ist nicht verdient das ist nicht verdient das ist auch nicht verdient ne das ist nicht verdient ne das ist nicht verdient ne natürlich ist das verdient hey ey das ist nicht verdient das ist nicht verdient leider oh ich hasse wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal runter gehauen von irgendeinem Pilsch he 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 wie schott wie Flopper genau oh fuck you er hat die Wand dahingebaut das war ich ich stehe schon seit BWA 3 da hier stehst du schon seit BWA 3 da he 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 oh alter dieser keine Berechtigung warum ich ihn da immer noch schaffe ihr habt das gegen mich diese Dildos sind sowas von anal fixiert all fixier waaat HE hah 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 er er der Name das war geil komm mal echt geil Aua das kann ich davon alle Dildos gehen auf mich das ist unglaublich das ist mein Ding die man auf die Fahne gehen ich krieg mich mal ein Flug wir stehen auf Blondin wir stehen auf Blondin und nicht mit so gebleichtem scheiß gelben Haaren ja wie viele Dildos kommen denn hier noch ich werd runter geblitzt äh du bist nicht der Einzige dein Verfolger auch der wird runter gepault das war ich wow ach komm ey soll ich dich gewirrt doch komm Sano oh warum bin ich auf einmal auf 3 wieso bin ich auf einmal so weit vorne und sock aus Bluschel ach weck mich am Arsch ich bin echt von vorne es kommt Bluschel ey oh ich bin vorne Bluschel scheiße Alter jeder fickt mich geil mal was ist denn heute los ey Brock die Banane war richtig knapp weißt du das ja ne ne das ist ich hab sie bei ihr neben dich gelegt ah das Ding ja ja ich wollte die Dinger noch los jeder vorne macht im Leiden äh ja wenn man einmal SP nehmen dann kriegt man Blitz das gibt's doch nicht ich hab die Dinger so ha ne 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 ohr anui sauer so lang die da aufrecht ist alle ein nein kann doch die Banane weg fährt zwar klein Und was passiert. Es Sweet. Hey. Jetzt komm's ey. LOF. アイNONE. Ey das ist echt besser. going up iD et 신. Oh sissueyes. Jetzt wieder total unverdient und so gegen Dusche dabei ist. Ach so, wie interessieren du es? Er hat total unverdient die gesamte Rennsituation gezogen. Hey, jetzt fahren wir bestimmt acht Hilder zu mir vorbei, man. Die haben mich in den Arsch gespickt, nur 100 Prozent. Und alle von Dango hat. Passiert, ne? Ich weiß nicht, wie viele von Dango waren. Aber wenn das alles von Dango waren, dann mal hingeh' ich vor allem um Dango zu sehen. Ach nee! Du hast nur ein allgemeines Problem damit, dass ich auf dieser Strecke fahre. Daher musst du mich vernichten. Ich hab gar niemand richtig zu vernichten. Oh, 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 das lese ich immer gerne so was. Was? 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 Zitat, ne? Pure-Skill-Schwumler-SC mit Bullet-Ib-7! Ja, da ist er gelandet. Irgendwo. Eieieiei. Und pickt so. Wer ist das denn? Au, Jero. Mann. Der ist halt mal Regenbogen. Kann auch Dango runterfallen. Was? Mit Schnau. Ich bekomm Flügel zum Runterfallen, da komm ich echt mit. Ja, du bist kein Engel, ich kann's doch gestern sein. Äh, was? Engel? Nur Engel so kommen Flügel, Dango kriegt höchstens Rada beim Runterfallen. Hahahaha. Yes! Yes! Ich ruhig, lieber in die Hölle runter. Oh Gott, Rainbow auf 100, ey, ich hätte es schon lange runtergekommen, wenn du sitzt. Was? Rainbow auf 100. Was? Dango, hä? Ja, komm mal hin. Was, Fenster. Jetzt seh ich dich auch richtig. Boah! Da war sowas von in den Arten. Das ist nämlich mal ne Ansage. Was? Yaaay. Wenn du mein Schiff, muss ich dazu sagen! Ja, da, ja! Ich will mich nicht in das Ding schon wieder. Was mit dem Red-Gerf, das hast du jetzt nur... Ich hab' die nichts mehr! Hä, ha, ha! Mann, Isi, fahr schneller! Oh nein, desu, die Sonne... Zui,isches. Noo! Meiner, Than, der sag... Nein! Dango, ha! Dann geh auf dich an. Spider-Gerrön. Dango, das hat mich mit einem... Dann... mann ich habe mich untergefallen ich habe mir auch ein Blitz zu vertreiben Rob wo bist du? äh ganz weit weg von dir ey ey das wird schon ein Blitz kommen ich will mich unterblitzen, er hat jedenfalls voll aufblitzen oh Jesus Rob, das war zu lang das war bestimmt Neo, ey das war dieses war okay ähm ich bin ganz normal ich bin ganz normal ich hab sie ist dritter das ist ein Problem ja ja dann fliegst du von vorne oder bleib stehen um sie von hinten zu nehmen bin ich echt von vorne fliegen weil ich nie irgendwelche ich bin dran ich bin dran ich bin 5 sag ich du siehst wie sie ist ich bin ganz nah ich bin ganz nah das ist nicht ah Gott das ist nicht komm du hörte mich jetzt wieso trote nicht nein hallo oh Gott ein Volker ich bin alter volles Armageddonin nein nein ich bin niemals in diesem Sex Alter ja ihr masturbiert euch gerade alle gegenseitigern sein Sex oh schön ich bin so stehen geblieben ich brauche zu lassen ok dann bleibt eigentlich der Blue Shell ob der Blue Shell kommt keine Ahnung ach man ich rede von Blue Shell alter ne das ist nicht geklappt das ist nicht das ist nicht das ist nicht das ist nicht oh du hast du das nicht verstanden nein nein ha 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 zu allem klar ich bin ein runtergeblütscht alle noch mal ein Ratschel auf das ist nicht ha 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 ich bin ein Ratschel auf besser wenn ich runtergeblütscht du ha 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 ich bin ein Ratschel auf ich bin ein Ratschel auf einmal deine Fresse danko ja irgendwie vielleicht dann auch ja ich denke mit meinem ich denke mit meinem Spruch wohl gar nicht so falsch denken ist glückssache ich denke ich an gar nicht mehr ich denke ich an gar nicht mehr ich denke ich an gar nicht mehr das bin ich schon wieder runtergekommen ich denke ich an gar nicht mehr jetzt bin ich schon wieder runtergekommen ich nehme es ich nöe ich nehme es